Also, Also bringt einem schon mal den ersten Eindruck, wie schnell so etwas geht und im Prinzip wie zügig das abläuft und eigentlich relativ einfach auch für einen Behandler und für den Patienten sehr angenehm, indem es dann eben gleich fertig ist. Es hat gefallen. Es war sehr schön, dass das in einer intimen kleinen Runde stattfand und dass das System einem näher gebracht wurde. Was ich total wichtig finde, ist, dass man so ein Gerät in so einer kleinen Gruppe kennengelernt. Sie können es jetzt mal ausprobieren, Sie können die Sachen in die Hand nehmen, Sie können vielleicht sogar ein Gespräch mit der Patientin führen. Die gibt immer ehrliche Antwort, ob es passt oder nicht passt, ob es gefällt oder nicht gefällt. Und dafür sind so kleine Gruppen einfach perfekt. Darum möchte ich mich bedanken bei Sirona und bei dem netten Kursgeber. Dankeschön.